Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Metroid. Wir sind... Wir haben einen Missile-Container gefunden, gut. Geil. Ja, wir... Oh Gottes Willen. Wie gesagt, wir sind aus dem Konzept gekommen, egal. Wir haben, glaube ich, im letzten Part den Grapple Beam gefunden. Jetzt einen Missile-Container und einen Reserve-Tank. Und machen jetzt... Ich habe keine Ahnung was. Ja, genau. Wir wollen jetzt weiter. Wir können neue Gebiete erforschen. Und damit wollen wir natürlich direkt loslegen. Wir fangen an. Wo sind wir denn? Wir, soll ich sagen, gehen erstmal hier raus. Und das ganz zügig, indem wir erstmal hier den Speicherpunkt besuchen. Diesen natürlichen Nutzen-Bieb speichern. Speicherst du, Bitch? Hallo? Speichern. Ja, dann halt nicht. Dann speichern wir nicht. Und wir wollen weiter. Bäm, 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 kaputt. Und legen jetzt einen kleinen Turbaden. Denn wir wollen was schaffen in diesem Part und hoffentlich endlich mal den nächsten Oberarsch begegnen. Das wollen wir nicht so machen. Nein, auch nicht so machen. Und auch nicht so. Und auch nicht so. Und auch nicht so. Weil ich immer nur dazwischen springe. Und natürlich nochmal das Ganze. Ja, komm. Jetzt wird's peinlich. Du nervt nicht. Du auch nicht. Wupp. So. Räumchen verlassen. Wir sind... Ja, genau. Jetzt sind wir... Ups. Gefährlich. Bisschen Energie kann uns nicht schaden. Wenn die nochmal so das eine oder andere fallen. Das würde ich würd's begrüßen. Und dementsprechend natürlich nichts verlieren. Das war ja natürlich wieder ein Griff ins Klo. Und deshalb gehen wir ja ganz schnell runter. Bumm, 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 bumm. Rennen wieder einen den nächsten Gegner rein. Und das Ganze jetzt zweimal. Super. Und noch nochmal den nächsten. Gleich bin ich kaputt. Aber den mehr langer. Die Energie nehmen wir mit. Hälfte Energie verloren. Aber das dürfte noch kein Problem sein. Und wupp. Und wupp. Sesab, öffne die Rüge. So. Und jetzt ab da hoch. Und wir verlassen diesen... Ort von Lava und Blumengewächs. Oder was der Teufel, was das gerade war. Komm, Samus. Wirklich mal ein bisschen schnell auf deinem Teleport dahinter. Wir wollen was erreichen. Go, 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 go. Weiter geht's. Ah, ich bin echt himmelig. Weil ich echt froh bin, dass wir mal wieder was schaffen können hier. Jupp und durch. Und jupp und renn gegen die Tür. Und nicht weiter. So, du gibst Ruhe. So, du gibst hinten auch Ruhe. Damit ich hier in aller Ruhe bei dich drüber springen kann. Hier geht's auch Ruhe. Du da oben auch Ruhe. Nervt mich. Rum. Wupp. Wupp. So, wo bin ich denn überhaupt? Ja, das sieht doch gut aus. Dann gehen wir direkt mal hier unten... ...links lang. Und gucken erstmal, ob man hier unten was wegsprengen kann. Ups, jetzt habe ich mir aber... Ups. Hm. Der Gegner kommt aber wieder. Oder? Gut. Ich wollte schon sagen, wenn ich mir das jetzt verbaut hätte, meine Freunde... ...ne dann... Ja, genau. So nicht. So aber auch nicht. Denn das reicht natürlich nicht. Das war irgendwie so. So, jetzt muss ich gucken, wie kommen wir hier lang? Ich glaube, das war... ...mithilfe unserer Powerbomb... ...wadumts. Yay. Und hier konnten wir, glaube ich, durchrennen, oder war das nicht so? Nein, war es nicht. Wir konnten irgendwie hier so anders lang. Lassen wir mal... Ups. Schön alle leben. Jetzt gucken wir mal. Wicked. Und nochmal. Und... Wicked. Und... Ne, auf den Glibber... Wicked. Nein. 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 War das schlecht? Gott, das ist ja zum Fremdschämen. Wicked. Nein. Wicked. Yay. Und... Wicked. Okay. Machen wir so. Machen wir so. Lame, aber egal. Wirkungsvoll. Vor allem bei diesen doofen Krabbelfiechern. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Schön weiter. Schön weiter. Ja, Samus, du bist die Beste. Selam öffne dich. Komm, am besten schön Energie tanken, damit wir ein bisschen Energie aufgefüllt bekommen. Oder irgendwas. Ah. Aha. Und wir haben... X-Ray-Scope. Was immer das nochmal war. I don't know. Gucken wir direkt. Hm. Ups. Geheimnisse entschieden. Das ist gut. Boom. Durch und... Ups. Entschuldigung, ich hab ja immer den an. Mh. Komm, vielleicht nochmal hier gucken. Wuuup. Wuuup. Oh ne, muss ich jetzt jeden Raupen so nach Secrets durchsuchen? Oh, nö, ne? Ihh. Das war aber gay. Risiko. Was haben wir hier unten? Der Tod. Oh mein Gott. Oh. Nein. Piss dich. Piss dich, Alter. Nein. Warum macht er den denn nicht? Nein. Nein. Oh mein Gott. Nein. Ich will nicht sterben. Ich bin jetzt schuldig, dass ich kurz ruhig bin, aber... Ich scheiß mir grad übelst in die Hose. Nein. Oh mein Gott. Heilpunkt. Irgendwie was zum Heilen, ey. Kack auf Missiles. Oh mein Gott, ich kack mir in die Hose, ey. Oh Gott im Himmel. Ich brauch was zum heilen, ey, komm Please, gib mir was zu heiligen Come on, please, Meno Musi lang Hm, Musi lang Ja, lang Keine Ahnung Auf jeden Fall ist da oben ein Speicherpunkt Ich glaub, ich geh mal oben lang Pachupichu, 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 pachupichu Kulup 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 So Meine Nerven haben sich wieder ein bisschen beruhigt Da komm ich im Leben nicht dran, ne Und das war ganz schlecht Mit einer Frau, die den Ransprung nicht beherrscht Pachupichu So, jetzt aber ein bisschen besser, ja Geht doch Fräulein Samus, Ara Ich warte mal hier Oh, nee, ey Nein Wieder so ein Kack Wo ich auch fast am Verrecken bin Gott Ich kann schon nehmen Ich bin wieder nervlich am Ende, ey So, geschafft Ruhe Speichern Ja Ja, natürlich Oh Was eine Wolt hat, Freunde Was eine Wolt hat So Papum, papum Kaputt So Wir gehen nach oben Ab durch die Wand Gucken, wo wir jetzt hinkommen Ich glaube, jetzt kommen wir oben zu Ich weiß gar nicht mehr, wie der Teil heißt Ich hab's vergessen Genau Zu hier Was ist das hier? Winster Genau Hier hinten Wo wir vorher nicht weitergekommen sind Räuchte ich So Und wir einmal mit dem X-Way schauen Wuuu Gibt eh nix What I'm saying Genau So Kaputt, kaputt, kaputt Ab weiter, 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 weiter Go, 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 go Come on Und durch hier Und noch mehr Und noch mehr Und den Grapple Beam Bitte auswählen Für einen Missle-Container Genau den Yay Nein Oh mein gosh Ich krieg's wieder nicht hin Yay Und das Wasser verschwindet Dadurch, dass ich den Missle-Container genommen hab Gut Dann können wir ja da durch Sehr schön Das passt mir gut Nein, können wir nicht War ja klar Wupp Und ich hab's verkackt Oh man Ist das peinlich Ohne Witz Alter Es gibt es nicht Dass ich diesen Grapple-Dingen Ständig verkacke Yay 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 So Ein neues Gebiet Keine Ahnung wie's heißt Wupp 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 Und Schwenk Schwenk Samus Wie du noch nie geschwenkt hast Und come on Bitch Na Steuerung Du muckst doch jetzt hier nicht auf einmal rum oder Und oh god What The fuck What the fuck Hä Okay I understood Nein Oh mein god Mit dem Kopf dagegen Boah Und sie bewegt sich so langsam Und graziöse Wie weiß ich nicht was Piss dich Fisch Du nervst mich Auch wenn ich die nicht gerne gucke Oh ab Nervt mich Yeah Und der Übersalto Und wir können den Ganz Ich glaube es nicht Ach come on ey Einmal einen X-Player schießen Woo Kommen wir was Haben wir nicht Gut Nur einmal Schwenk Samus Schwenk Wie auf einem Schwenkgrill Und Komm nochmal Und Wow Alter Übersalto So Dann ist hier Irgendwo gleich Dieses Besütteln Wie ich da Alter Was ist Da mit Was hat die denn Gemacht Alter Wo kommt die denn Nicht klar So Wupp Sesam öffne Ich danke So Wir Jupp Wir sind jetzt hier Irgendwo Irgendwo Nirgendwo Sind wir Deshalb nutzen wir erstmal den X-Ray Shweep Nochmal eine Runde Shweep Irgendwas Irgendwas Nichts Komm Da geht es Egal Und hier ist Noch mehr Ruhe Und noch mehr still Dort ist die Turtür Geht noch Ah Au ab Gott Hatte ich So Tür Dort Kommen wir durch Dort Kommen wir durch Yay Wicked Runter Was Wuh 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 Habe ich nicht Letztens Gespeichert Warum habe ich Keine Energie mehr Was schieße ich da gerade Was ist das Bist du Weiter geht's Map Außer Betrieb Okay Gut Weiter geht's Schwul Gehen wir mal hier Durch Okay Gut Ich gehe nochmal zurück Leute Der Part ist eh gleich Zu Ende Und den werde ich auch erst beim nächsten Mal weiterführen Denn Ich glaube Ich glaube Ihr habt gesehen Was er dort Und auf uns erwartet Boss Die Nummer 2 Der Ich nenne sie wie gesagt Die Big 4 Nein Nicht Metallica Slayer Antrex Omega Decks Aber so ähnlich Ähm Scheiße Ich brauche Energie Sonst schaffe ich die nicht Im Leben schaffe ich die nicht Ja Speichern Außer Betrieb Außer Betrieb Mano Ich brauche doch nur ein bisschen Energie Was ist los Affen Was soll denn das Hau ab Ew Ew Gib mir doch mal ein bisschen Energie Mensch Herrgott Das kann doch nicht so schwer sein Nehmen wir mal hier oben lang Gibst du Energie Ja Doch Ich hab schon welche Die ich nicht einsammeln kann Oder was So Gut Dann kann ich hier nämlich ein bisschen sammeln Sehr gut Dann Können wir nämlich Ja Hier ist zu Das hab ich mir gedacht Dann bürsten wir den noch nicht Wow Du bist ein Arsch Du bist ein richtiges Arsch Die da oben die Treppe Kriege ich wohl nicht Was die Energie angeht Du bist fies Ehrlich Komm also ich möchte schon zumindest in die Nähe von voll kommen Sonst geht das nix Ne Vergiss es Freundchen Zu Wut Irgendwas Irgendwas nicht Gut Ja komm wir bewegen uns Richtung Endpost Ich versuche mal Aber nicht in diesem Part Nein Nein Schwo Nein Will ich nicht Weg der Gang Kaputt 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 machen So Sehr schön Und runter mit dir Thomas Amos Wir gehen Richtung Boss Und dann wird Ein Katchen gemacht Denn Ihr müsst ja auch einen Grund haben Das nächste Mal wieder einzuschalten Wenn ich jetzt den Boss mache Ist ja alles langweilig beim nächsten Mal Und das wollen wir ja alle nicht Nicht wahr Richtig So und ab Nein Oh mein Gott War das wieder Ne Genau das Kaputt Durch Ja genau Da ist die schöne Energie Da flirten wir an Fuck you Aber ich komme zumindest meine Nein Am Arsch Meine Ideal Energie ziemlich nah Gut ich meine Zwei Energietanks weniger Ich kann es versuchen Bleibt mir anderes übrig Nichts Genau das Leute Nichts So Bumm Bumm Und der letzte So Ich würde sagen Beim nächsten Mal Der Boss Ich hoffe ihr seid so gespannt Wie ich Ob ich den schaffe Ich bedanke mich schon mal Sehr fürs Zuschauen Freunde Und hoffe ihr seid beim nächsten Part von Super Metroid wieder mit dabei Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht's gut Und Tschüss Jakowski Ich freue mich noch Tschüss Gäß Musik Ich Ich